Es gibt Tage, da bin ich am Grübeln und kann nachts manchmal nicht einschlafen, weil ich so viele Gedanken im Kopf habe. Und was mir da hilft, will ich heute mit dir teilen. Da ist ein Prozess, den ich ein paar Mal jetzt durchgegangen bin und der hat mir komplett geholfen. Das hört sich jetzt auch so an, das würde ich übertreiben, aber der hilft wirklich. Probier es einfach aus. Also das allererste ist, Gedanken aufschreiben. Das, was dich belastet, diesen beschissenen Gedanken aufschreiben. Und dann, dass das, was darauf folgt, ist das, was dir hilft, die Gedanken zu stoppen bzw. loslassen zu können, sodass du einschlafen kannst. Weil wenn wir Gedanken haben und wir am Grübeln sind und am Zweifeln sind und Sorgen haben oder Wut haben, hat das alles ja seine Berechtigung. Und da ist ein Anteil in uns, der sich rechtfertigen möchte, ein Anteil in uns, der Sicherheit haben möchte, ein Anteil in uns, der sich rächen möchte. Und diese Anteile in uns dürfen wir befrieden, damit die Ruhe geben, damit wir schlafen können. Was in dir möchte anerkannt werden? Ist da ein Anteil, der sich rechtfertigen möchte? Oder ein rachsüchtiger Anteil? Alles, was sich zeigt, hat Berechtigung und möchte einfach nur von uns Aufmerksamkeit bekommen. Alles, was sich in uns zeigt, will gehört werden. Und das Unterdrücken erzeugt mehr Widerstand, sodass der Gedanke einfach noch hartnäckiger in unserem Kopf bleibt. Wir haben verschiedene Anteile in uns. Das gehört zur Psychologie dazu. Wenn man das versteht, kann man mit Gedanken viel besser umgehen. Wenn ich einen Anteil habe, der vollkommen voller Hass ist, darf er sein. Ich habe als Kind sehr stark gelernt, dass ich nicht hassen darf. Und dabei unterdrücken wir das Gefühl von Hass. Das bringt uns nicht weiter. Umso mehr ich unterdrücke, desto mehr kommt der Anteil hoch und mein Kopf ist voller Gedanken und voller Sorgen und voller Zweifel und voller rachesüchtigen Gedanken. Wenn ich ihn aber anschauen darf, den Anteil Hass, den Anteil Rache und ihm sage, dass er recht hat, dass er vollkommen recht hat. Weil wenn wir Hass haben oder Rache oder Wut, dann weil Grenzen überschritten wurden. Unser Körper, unsere Gedanken wollen uns darauf aufmerksam machen. Die Gefühle wollen uns darauf aufmerksam machen. Aber mit dem, was wir gelernt haben, kämpfen wir oft gegen das, was in uns hochkommt. Also ich stelle mir dann vor, das ist die kleine, fünfjährige Samada, die zu mir kommt und mir erzählt, wie sie ungerecht behandelt wurde oder mir erzählt, wie ihr was weggenommen wurde oder, oder, oder. Und anstatt das zu belächeln, weil ich Besseres zu tun habe, höre ich ihr zu. Weil für dieses kleine Kind ist das gerade schlimm. Mich mit dem, was in mir auftaucht, ernst nehme und es nicht einfach nur wegrede oder toxisch positiv wegdenke, sondern es wirklich anschauen. Wenn man es auf einen Zettel schreibt, tut es nochmal gut und wenn ich mir dann noch vorstelle, was ist denn hinter diesem Gedanken von Gefühl und was möchte dieses Gefühl von mir, kann es ganz schnell dazu führen, dass du viel besser einschlafen kannst. Also die erste Arbeit ist zu schauen, was habe ich für Gedanken und was für Gefühle stecken hinter diesen Gedanken. Und die zweite Arbeit, die auch, die mir unglaublich viel hilft, ist eine Nervensystemübung. Und zwar, ich werde es euch gleich einblenden in Ohr, sanft auf dieser Stelle mit dem Finger drücken und einfach schauen, wie sich das anfühlt für dich. Das ist direkt verbunden mit deinem Vagusnerv, der dazu führt, dass dein Körper die Botschaft bekommt, in Sicherheit zu sein. Also es reguliert das Nervensystem. Wenn der Körper Geborgenheit und Sicherheit signalisiert bekommt, dann kommt er raus aus diesem ganzen Gedankenstrom, aus diesen ganzen negativen Gedanken. Der Körper kann sich entspannen und kann einschlafen. Oder er kann in eine Richtung gehen, was eher positiver ist, was Gedanken betrifft. Mit genau diesen zwei Übungen steige ich aus diesem Kreislauf von Gedanken raus und kann dann viel entspannter schlafen. Probier es gerne mal aus und lass mir gerne ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal.